6, 4, 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Xtreme präsentiert die Top 20 der RHP-Charts Ob neu oder alt, bei uns kommen alle Titel in die Charts Und ihr wählt, wer ganz oben sein soll Jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr präsentiert euch unser Moderator Xtreme Das Beste aus den von euch gewählten Titeln Ihr seid die Aktiven Wie's geht? Auf radiohitpower.de gehen und links die RHP-Charts abklicken Dort seht ihr die aktuelle Top 20 Sowie die Neuvorstellungen der letzten Sendung Hinter jedem Titel findet ihr ein Abstimmen-Button Ihr klickt einfach auf den Button des Liedes, welches euch gefällt Und wenn ihr auch einen Titelvorschlag habt, dann her damit Charts at radiohitpower.de Die Top 20 RHP-Charts mit Xtreme Nur auf radiohitpower.de Und wenn ihr auch einen Titelvorschlag habt, dann her damit wie ein Titelvorschlag die